In diesem Video geht es um Hector Berlioz. Ich erzähle dir vom Leben und von den wichtigsten Werken des Komponisten. Hector Berlioz wurde 1803 in La Côte-Saint-André-Frankreich geboren. Er stammte aus einer Familie von Ärzten, entschied sich jedoch für eine Karriere in der Musik. Berlioz studierte am Pariser Konservatorium. Trotz einiger Widerstände von Lehrern und Kollegen, die seinen unkonventionellen Ansatz nicht schätzten, machte er seinen Abschluss in Komposition. Eine seiner bekanntesten Kompositionen ist die Symphonie Fantastique. Dieses Werk gilt als revolutionär und legte den Grundstein für die Programmmusik in der Romantik. Berlioz war bekannt für seine innovative Orchestrierung. Er erweiterte das Orchester mit neuen Instrumenten und erzeugte so einzigartige Klangfarben, die in der Musikgeschichte bisher unbekannt waren. Neben Symphonien schrieb Berlioz auch Opern wie Benvenuto Cellini und große Chorwerke wie Requiem. Diese Werke zeichnen sich durch ihre Komplexität und ihren dramatischen Ausdruck aus. Berlioz war stark von Literatur beeinflusst, insbesondere von den Werken Shakespeare's. Seine Musik greift oft literarische Themen auf und übersetzt sie in musikalische Sprache. Berlioz reiste viel in Europa und führte seine Werke in verschiedenen Ländern auf. Obwohl er in Frankreich umstritten war, genoss er international großes Ansehen. Berlioz starb 1869 in Paris. Obwohl seine Werke zu Lebzeiten oft kontrovers diskutiert wurden, gilt er heute als einer der innovativsten Komponisten der Romantik. Hector Berlioz hat die Musikgeschichte durch seine unkonventionellen Werke und seine innovativen Techniken maßgeblich beeinflusst. Seine Musik hat das Tor zu neuen musikalischen Möglichkeiten geöffnet. Untertitelung des ZDF